Liebe Kinder, hier ist Marco. Natürlich wollen wir auch in dieser Woche wieder ein tolles Bild malen und ins Fenster hängen. Hier kommt der neue Malauftrag. Am nächsten Freitag haben wir einen Feiertag in unserem Land, dem sogenannten 1. Mai. In der Regel müssen Mama und Papa an diesem Tag auch nicht arbeiten gehen und auch die Schule und der Kindergarten würden nicht stattfinden. Traditionell wird in vielen Dörfern und Städten am Abend zuvor der sogenannte Maibaum auf den Dorfplätzen und in den Siedlungen aufgestellt. Viele Menschen kommen sonst zusammen, um dabei zu sein. In diesem Jahr wird aber auch das nicht in gewohnter Weise stattfinden. Der Maibaum ist dann festlich geschmückt, da auch die Natur jetzt im Mai bei diesem guten Wetter so richtig bunt wird. In anderen Regionen heißt der sogenannte Maibaum auch Pfingstbaum. Ein Fest, das wir Ende Mai feiern in der Kirche. Deshalb werden auch viele religiöse Symbole an diesem Baum gehangen. Ich freue mich sehr auf eure vielen bunten Maibäume heute, die ihr in dieser Woche auch malen könnt. Verziert mit den verschiedenen religiösen Symbolen. Wir wünschen euch am Freitag einen guten Feiertag und viel Spaß beim Maibaum aufstellen in euren Orten und Siedlungen. Vielleicht sogar bei euch im Garten. Allerdings in diesem Jahr nur in kleiner Runde. Also, ran an das Papier und los geht's. Wir freuen uns auf die Bilder, die ihr uns zuschickt. Euch und euren Eltern eine gute Woche und einen lieben Gruß zu Hause. Bis nächsten Dienstag zum neuen Mahlauftrag. Bleibt gesund!